Hey Leute, willkommen zu der vierten Folge Clash of Clans. Ja genau, vierte Folge und so. Und ihr seht, oh, hoppla, es hat sich einiges getan und zwar bin ich jetzt auf Level 10. Bin auf, bin auf, Rathos 3, genau auf, bin Rathos 3. Ich muss kurz das gucken. Genau, so, jetzt müssen wir erstmal das hier. Ich weiß nicht, was ich upgraden soll. Genau, hier im Ding können wir noch das Labor bauen, da muss ich schon ein bisschen auf das Lager sparen, hier können wir nichts mehr bauen. Ich kann nur noch den Minenwerfer und die Mauern bauen, da baue ich direkt mal die ganzen Mauern, das reicht eh nicht. Leck, schlägt. Okay, so. Jetzt haben wir dann ein paar Mauern. Ähm, genau, so. Jetzt haben wir ein paar Truppen, ich habe auch schon das Armee-Lager gebaut, das baue ich direkt mal auf Stufe 2. 2. Und dann baue ich noch direkt das aus. Jo, so. Boah. Genau. Natürlich. Hast du mir die Verbindung verkackt? Achso. Achso, na klar. Die Mauern wurden nicht gebaut. Halb so schlimm. Hey, da ist jetzt. Na. So. Hä? Also, uns wurde jetzt Gold abgezogen. Ein bisschen. Hä? Wie, hä? Wie dumm ist das denn? Hm. Komisch. Sehr, sehr komisch. Hm, ich glaube, ich habe das schon vorher eingesammelt von den Minen. Könnte es sein? Ich glaube, ich habe das schon mal so schräg halte. Ich habe das schon mal so schräg halte. Aber... Ich habe das noch nicht so sonst zu der Seite getan. Ne, wenn es leckt, leckt. Okay, so. Jetzt aber. Alter, die wollen mich doch verarschen. Also, das fängt ja schon mal sehr gut an in der Folge. Boah. Alter. Jetzt aber. Ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die neuen Truppen. Also, nicht neu, aber doch auch, aber auf die verarschen. Das machen wir jetzt einfach so. So geht es easier. Hm. Wunderbar, das ist hänglich. So. Jetzt ist Verbindung verloren. Das hatten wir dann auch ausgebaut. Und das. So, jetzt gehen wir jetzt mal angreifen. Jetzt gehen wir jetzt mal angreifen. Auch gut. Auch sehr, sehr gut. Jetzt können wir wenigstens ein paar Truppen mehr ausbilden. Bedingstall, speichern. Ach, der hat doch schön viel Gold. Der Mienwerfer? Nö. Na klar, da muss er was in der Klangbock haben, ne? Okay, wo kann ich das jetzt am besten noch auslocken? Hier. Ich brauche jedes Gold. Das ist nur ein Riesen. Reichen ein paar von denen und ein paar von denen. Boah, Mann, wie lange das dauert. Hm. So, dankeschön. Ich würde sagen, wir setzen dann mal hier aus den Bomben. So, mal gucken, es wird eh ein Fail. Ich hoffe, das passt wieder so von der Video- und Audioqualität. Qualität erstmal schön stattern. Also, ich glaube, das wäre kein Stern, aber ein Fail war es ja nicht. Ich meine, wir haben ja schon relativ viel. Heute, da? Heute, da? Doch, das kann ein Stern. Ja, das wird ein Stern. Das ist ein Stern. Gut, gut. Ich will mit den Pokis ein bisschen hoch. Damit ich möglichst... ...beste Reden, damit ich möglichst schnell, ähm, hier, ähm, die Clam-Buck. Hä? Äh, was laber ich da? Ähm, damit ich möglichst schnell die 450 Juwelen bekomme. Für die dritte Baute. Äh, was machen die da? Hört die das auch die ganze Zeit im Hintergrund? Alter! Na ja, cool. Läuft bei denen. Ja, auf jeden Fall beste Folge. Ja, cool. Jetzt wurde der Angriff eh nicht gespeichert. Beste Leben! Ja, geil. Boah, Alter, ich könnte kotzen, ne? Das nervt einfach so. Boah, Alter, jetzt wieder Verbindungen, wo du verloren, ey. Weil wir so behindert sind. Oh, mein, 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 mein. Das finde ich so einen Gegner bestimmt nicht mehr. Huch, ne? Ach, ne. Ach, jetzt habe ich kein Gold mehr. Toll, toll. Danke für dieses dolle Produkt. Das war's auch für diese Folge. Ja, die gingen irgendwie relativ schnell vorbei, hab ich so das Gefühl. Das war eigentlich nur dieses behinderte Warten. Dann machen die noch alles kaputt schön. Dann war's auch für diese Folge. Jupp, perfekt. Ciao Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.